Auf dem Wasser, das passt ja perfekt. Sieht ein bisschen langweilig aus hier, so total untexturiert. Flöhm! Ich brauche diesen Mantel. Ausfall war gut, aber ich war nicht. Dann fernbewerbe ich die Frostmagie perfekt. Ich versuch gerade eine Tür mit einem Frostblitz aufzumachen. Du musst dich gerade an Roman denken. Frost Charm! Ein Auto ist niemals vollständig in einem Powerball, ein drückender Schulter. Das denken sich die Orks auch. Bei den Orks ist ja schon immer in V.O.V. der Running Gag, dass die so große Schulterstücke immer haben. Gallywig soll ja auch in Ordnung mal stehen. Oder in Dorotha würde er wohl nicht rumstehen. Ich gehe jetzt mal kurz gucken. Patch 7.2, da sind wir doch gerade, oder? Ja. Da müsste der hier irgendwo rumstehen. Okay, wo sitzt der Typ? Da in seinem Lustschloss. Ich sehe ihn nicht, aber bitte so klein. Ach, das ist der... Ach, scheiße. Ach! Ach! Ach, ach, das ist der Typ? Ja, das ist gut. Also er müsste eigentlich ja hier stehen, aber hier steht er schon ewig nicht mehr, ne? Also sein neues Model kann man dann glaube ich nur in der Startzone bewundern, also er steht bei welcher Boss steht jetzt eigentlich in OG? Das ist ne gute Frage, weiß ich gar nicht mehr, wie da steht's. Hm. Kleiner Mann, alles der Rainer. Ich bräuchte meinen Kopf mit Xylums Lehrling um den Code zum Aufnehmen der Turmbarrieren zu schlüsseln. Ach, leck mich doch. Ich sehe irgendwas über das Barrierenrätsel. Ich habe ja in meinen anderen Lernern hineingesehen, aber ich konnte nur erkennen, dass er den weißen Edelstamm von dem Roten aktiviert hat. Weiß-Rot. Ja, lebe Graumäne. Blau-Weiß-Rot. Ah, Kahn-Weiß-Rot. Okay. Weiß-Rot. Weiß-Rot-Blau. 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 Vist geht euch durch den Kopf. Und rechts nach links Weiß-Rot-Blau. Ich muss doch sehr bitten, wie soll ich mich konzentrieren, wenn dauernd jemand aufhören, ihr macht alles unordentlich Ihr seid ja gar kein richtiger Lehrling, stellt euch Betrüger Lehrlinge, reift an Oh, Asylum ist von Dämonen besessen Oder vom Schatten Asylum hat einen Schatten Das ist zu weit entfernt Wir fokussieren die Iris, wird mich zum mächtigsten Adia aller Fokussieren die Iris, das habe ich schon mal irgendwo gehört Ich habe jetzt die Frage, Dämonen, Schatten oder Leere? Wobei, die Schatten der Leere von Priestern sind ja die Void, oder? Ja Weil die Schattenwaffe ist ja auch irgendwie so ein alter Gott Da haben sie recht Ein Lehrling heißt Lux, der hat bestimmt mit Feuer zu tun Fips Gyroshock Ich dachte, er ist ein Goblin Das ist ein Genom Eingehnung Er fällt ein von jeder Rasse hier Kommen jetzt aber gleich noch Murlocs und Warten die hier alles Mit Oge Das kann ich nicht angreifen Ihr kommt zu spät Der Außerung kümmert euch um meine Verfolgung Oh, Schattenwaffe Der Hexmeister gewonnen Kein Bock mehr auch mal auf die typische Magier mal geht Schattensperre, aber das sieht schön aus Ich bin außer Reichweite Da hat er mich einmal den ganzen Turm untergeschmissen Bis man eingef... Da hat mir jetzt vielleicht mal einfallen sollen, dass ich Flügel habe Und kann er mich durch den ganzen Turm angreifen und ich ihn nicht Heyo! Genug! Lasst eure Waffen ruhen Das ist verschlossen Der Foliant hat meinen Verstand getrübt, so wie er es bei Xylem getan hat Und jetzt ist er mit der Iris entkommen Sein Portal ist instabil, aber ein Echo ist davon zurückgeblieben Ach, scheiße Musik fest Schönen guten Tag Es wird Zeit kosten, aber wir können es vielleicht nutzen, um ihm zu folgen Ein Portal rechnen Ich werde jetzt erstmal Kaleckendall ranzukommen Zurück zu Herrn Kaleckos Ist auch lustig, sein Stuhl ist der einzige der so leicht lila ist Der Stuhl ist auch besessen Die anderen sind alle normal Holzfarben Seiner ist so lila Schwarz Eiche Mic test 1, 2, 1, 2 War nicht grad witzig Warum habe ich keine Ladebalken? Das war ja merkwürdig Sprecht frei heraus Portage Eine Gabe der 6 Erhebt eure Waffe und haltet das Geschenk des Rates der 6 in der violenten Zitadelle Tretet zurück und erhebt eure Waffe Wir werden einen Teil der Macht des Rates auf sie übertragen Ich habe die falsche Klasse und spätestens, willst du mich verarschen? Das war für Verwüstung? Auch um Gottes Willen Hör auf mich voll zu Blutelfen Mit vereinten Kräften Wir müssen alle unsere Macht leihen Aha, zwei Frostmager, zwei AK-Magier, ein Feuermager What? Ach, das war meine Upgrade-Quest Deswegen konnte ich meine Waffe nicht mehr Crain Hör auf Ihren Agenten unsere Anstrengungen am Grabmal des Sageras zu sabotieren Dank euch ist Ihnen das nicht gelungen Jetzt müssen wir alles daran setzen, ihre Armeen von Azeroth zu vertreiben Wir werden der Legion das Handwerk legen Okay, dann habe ich doch schon wahrscheinlich die Quest gemacht Halt nur weil ich Halt nicht mehr Punkte in meiner anderen Waffe in das Tier Vielleicht noch mal einen Krieger Dann kannst du halt noch die anderen zwei Ne, ich habe ja zwei verschiedene Quests Also probier es trotzdem Also versuch jetzt mal deine ganzen Punkte zu haben Aber auf jeden Fall solltest du vielleicht mal ein oder zwei so Dinger Weil du kriegst ja auch wie 80 Milliarden Also musst du ja wirklich nur einmal draufdrücken, dann ist die auf dem Level So cool habe ich keinen Bock drauf Weil Sharaa ist gar nicht aktiv Warum wird mir denn hier gerade die Hälfte nicht angezeigt? Irgendwas ist blöd Wie macht man denn nochmal die ganzen Filter an? Hier Wird mir trotzdem nicht angezeigt Ich glaube irgendwas läuft hier gerade nicht ganz koscher Ich muss nochmal ausloggen Das ist ja merkwürdig Schießt das Jetzt habe ich hier alles Nö ist auch unwichtig, gut Quest soweit auch unwichtig Ich muss halt noch meine Valajag festfettig machen Ich muss halt noch meine Valajag festfettig machen Ist eh nur Optik 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 Moptik Gut Wurde ich sagen wir sind fertig für heute, wa? Gut Dann gehe ich nochmal kurz zum Schamid und dann Ah und ich tausche noch meine ganzen Blute von Sagaras ein Ich habe alles geopfert Was habt ihr aufgegeben? Drei Vier Und Sechs 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 schn Sechs Quarts Re studies 感じ Das nimmt er nicht Ist halt unnötig für Aufwand Ach guck mal einer an Ich muss näher ran Gut Hochzock Schöner Name So wieder zurück zur Rachsucht Jetzt kann ich da noch skinnen Habe ich jetzt wieder so einen endlichen Skill? Ja, den hier Einigkeit der Legionsrichter Er hat meine Fiesigkeit 10 Sekunden lang mit 4600 Können wir mal machen Judi Wir sind fertig für heute Wir gucken dann, ob wir beim nächsten Mal noch Also eine Aufnahme können wir bestimmt noch füllen Aber dann wird es knapp So, das war's für heute Bis zum nächsten Mal, haut rein Ciao, ciao Tschüss